Freunde, es gibt was in meinem Gesicht und wir reden heute nicht drüber, okay? Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Alright. Was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Livestream. Ich hoffe, euch geht's gut. Aber wir nennen es einfach mal den Spontan-Stream. Die Cap bleibt heute auf. Die Cap bleibt heute auf, okay? Ich werde diese Cap heute nicht absetzen, Freunde. Ihr müsst euch noch gedulden. Aber shit happened. Shit happened, Alter. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, 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 ja. Man sieht es ein bisschen. Aber es ist alles passiert, Freunde. Ich will es nur noch ein bisschen nach hinten schieben. Weil dazu kommt Obvious ein Vlog. Und auf den müsst ihr warten, okay? Jetzt, wo der Bart weg ist, fand ich mit Bart besser. Dicker, ich sehe nicht aus wie der Rechte ohne Bart, Junge. Was soll denn die Scheiße? Ich sehe nicht aus wie der Rechte ohne Bart, Junge. Jetzt